Wenn man etwas nicht weiß, dann wird man dafür nicht bestraft, weil Allah SWT sagt, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَةَ Wir werden nicht bestraft werden, bis wir einen Warner gesendet haben. Und deshalb, wenn man etwas nicht gewusst hat, wie soll das so gemacht werden? Aber wir müssen auch unterscheiden zwischen Leuten, die die Möglichkeit haben, nach Wissen zu suchen und die machen das nicht, die werden zur Wissenschaft gezogen. Warum hast du nicht gelernt, warum hast du nicht gefragt? Und andere, die keine Möglichkeit haben. Das heißt zum Beispiel, jemand, überleg dir, jemand in irgendeinem Dorf in der Nähe, in Brandenburg oder irgendein Dorf auf einem Berg, in einem Wald in Thüringen oder Sachsen-Anhalt oder in Polen oder in Ukraine, der hat vom Islam nichts gehört, der weiß gar nichts. Und der nimmt den Islam an. Der hat keine Möglichkeit, dass man ihm den Islam beibringt und so weiter. Ja, diese Person wird bestimmte Sachen machen, vielleicht sie sind gegen den Islam, aber der weiß das nicht. Aber wenn man ihn beigebracht hat und wenn man ihm gesagt hat, dann ist das anders. Deshalb müssen wir unterscheiden zwischen einer Person, die weiß, einer Person, die die Möglichkeit hat, nach Wissen zu suchen und eine Möglichkeit hat, eine Person, die überhaupt nicht weiß. Zum Beispiel jetzt ein neukonvertierter Moslem, der weiß viele Sachen nicht. Da kann man ihn nicht zur Rechenschaft ziehen für das, was er nicht weiß. Da muss man ihm etwas beibringen. Und der Konvertierte ist auch verpflichtet, nach Wissen zu suchen. Aber welches Wissen erst mal? Die Grundlage. Den Iman. Dieser Iman muss gestärkt sein. Dann mit guten Taten. Und das ist das Wichtigste. Viele von unseren Brüdern und Schwestern, die den Islam annehmen, die beschäftigen sich mit Themen, die auch von der Religion sind, aber die sind nicht die wichtigsten Themen. Da muss man erst mal die Grundlage schaffen. Und das ist unser Iman, unsere Überzeugung, unsere Verinnerlichung, die mit Gewissheit ist an Allah, an seine Eigenschaften, an diese Themen, zum Beispiel wie Vertrauen auf Allah, Hilfe bei Allah suchen und solche Themen. Und wenn man so weit ist, dann, das heißt auch nicht jetzt, dass man so wie Plan macht, von Donnerstag bis Mittwoch, bis Freitag das und vom Freitag bis Samstag. Nein, aber das ist allgemein. Da kann man auch parallel andere Themen lernen. Wallah ta'ala, Allah.